Einfach, neuer Mitbewohner George. George aus England, ursprünglich, oder? Bist du da geboren? Äh, ne, ich wurde in Deutschland geboren, ich bin aber nicht Deutscher. Nice. Wann geboren in Deutschland? Hameln. Kennt ihr den Rattenfänger? Wahrscheinlich von den drei Vion kennt keiner den Rattenfänger. Bald Besuch? Man will gastfreundlich sein. Jawoll. Einfach auf den Teppich. Alter. Hallo? Hi. Hi. Oh mein Gott. Hi. Natürlich. Von wo? Klar. Was? Damn. So, jetzt Zimmertour von Joy. Was würdest du für dieses Zimmer hier zahlen? 800 Euro. Was würdest du für dieses Zimmer hier zahlen? Ich weiß, was du zahlst, also ich würde nur 600 Euro zahlen. Was würdest du, was zahlst du? Ich zahlst auch 600. Okay, Daniel, jetzt 200 Euro, wenn du reinspringst. Ja, Mann. 200 Euro. 400 Euro, wenn du reinspringst. 200 Euro? 600 Euro. 600 Euro? Oh mein Gott. Wenn wer reinspringt. Aber kann er das Boot hier einfach parken? Ist das legal? Ist das legal? Kann er das hier einfach parken? Oder gibt er jetzt ein Strafzettel? Den Führerschein bitte. Er wirft auf. Guten Tag. Guten Tag. Ne, wer hat der Brot? Das wissen wir nicht. Das wissen sie nicht? Mensch, Arne lügt doch nicht. Hä? Wer lügt? Wer lügt? Haben sie den mal gesehen? Ja, die sind vor einer halben Stunde hier rausfliegen. Darf man hier nicht parken? Ne. Schade. Ist ein bisschen anders auf dem Wasser. Red ein anderer Wind. Es gibt jetzt improvisiert, wir haben keine Mische mehr. Welcome to the German in English. Wir haben einfach keine Mische mehr, ja? Wir haben aber hier noch Gin. Das heißt, ich mach jetzt einfach natural Mische. Das heißt, alles was ihr hier drin seht, ist einfach Juice aus Früchten. Was hast du hier gerade schon verwehrt? Mies viele Orangen. Einfach das Brot. Unangefangen in den Mülleimer geworfen. Greta Thunberg oder wie die heißt, hate dich jetzt schon. Oh, 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 oh. Genau dasselbe, was er hat. Oh, oh. Das ist lecker. Was? Wo ist ein Morgen, Freunde? In einer anderen Wohnung auch. George, was machst du eigentlich hier noch? Ich hab auch einen fit gemacht, aber ich hab einfach nur noch. Zu viel eingetrunken. George, übel viel getrunken. Jetzt geht's wieder besser. Kleine Roomtour. Geht eigentlich fast? Ja, also ich wollte gerade sagen. Sahi kommt gleich wieder. Zwei Wochen aus der Wege raus. Ein bisschen was vorbereitet. Noch diese Lieder. Was? 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 Aber schönes Studio, wa? Digga. Was denn? Es war schön, dass wir das gerade gespielt haben, diese Szene. Ich hab nichts mit der Produktion zu tun. Ich kenn diese Herren aus. Okay, machen wir Musik jetzt. Okay, machen wir Musik jetzt. Ich, ich, ich. Ich bin sauerhaft. Naom, was ist passiert? Naom, was ist passiert? Halt's mal bitte an seine Nase. Was ist passiert, Naom? Naom muss reih an. Boah, ist ein eklig. Disgusting. Naom, ist ein Hundgeruch. Naom, ist ein Hundgeruch. Wer ist das neben dem Dael? Kleiner auf dem Boden. So ein Hund. Ein Hund, ja? Für WG? Genau. Mastotip 1. Du, hallo. Was geht ab? Wie heißt er eigentlich? Pipo. Pipo? Ui yo. Leute, es ist wieder soweit. Es ist wahrscheinlich das einzige, was ihr hier in diesem Vlog seht. Aber... And then... Time for... For this recipe. And one shot of vodka. Two shots of. Wie geht's Ihnen? Was ist eigentlich passiert? Oh, damn! Leute, es ist Halloween night. Deshalb machen wir jetzt hier so Faxen mit Haare färben. Damn, was? Wir haben hier einen kleinen, ähm... kleinen Wegmischung. Auf heute Abend. Äh, wir schreiben den den 21.10.2019. Was ist das hier drinne? Eine Pizza. Hallo, Herr Naom. Warum sind die Haare grüßt? Das hab ich nicht verstanden. Rich. Rich money. Ich versteh auch, wie die ganzen Leute so reagieren, Digga. Wie seh ich denn aus? Naom hat zum Späti... Paprika, Digga. Ist der geklatscht? Danke, Leute. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Der nächste Morgen. Leute, ich sehe aus wie Scheiße. Oben ist gerade noch, da der Dusche oben hat gemeldet. Das Zeug geht nicht aus den Haaren. Wir brauchen einfach kein Shampoo mehr, ne? Einfach neues Shampoo jetzt kaufen im Kiosk. Hallo. So. Kleiner Mann. Scheiße. Essen ist da. Wie geht, Leute? Das ist jetzt für das erste Mal. Das ist jetzt hier unser Set für... Genau. Bescheiden. Entschuldigung für diese Jeans. Drip Jeans. Ähm. Ich bin anstrengend hier. Also, wirklich Masse. Wunder. Hallo, wir sind ja nicht zum Spielen da, ja? Geben wir ein Fest mal weiter. Titten, entschuldigen Sie sich. Diktet, diktet, diktet. Ja. Ja, Titten. Ja.